Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Fahndung hier in Division 2. Wir sind auf der Suche nach Agent Kelso und die Reise führt uns natürlich als nächstes zu Brooklyn Bridge, was ein Kontrollpunkt ist. So, die zwei machen es hinter mir gemütlich, sie vertreiben sich die Zeit mit ein bisschen Dart. Ich habe zu tun, Ranger muss los und wir müssen schauen, hier geht's raus und wir müssen schauen, also ich denke, dass ja hier. Ja, klar, wir müssen schauen, dass wir hier den nächsten Kontrollpunkt einnehmen, um weitere Informationen über den Verbleib von Agent Kelso zu bekommen. Ja, so, wird's dunkel oder wird's hell? Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, wir werden es aber bald erfahren. So, da kommen schon wieder die Kollegen und machen Stress. Ups, ja, dann hol sie dir, komm. Oh, oh. So. Das ist gut so. Auf geht's, da hinten ist der Kontrollpunkt. Brooklyn Bridge. Oh, da hängen gerade ein paar ab, so wie es aussieht. Nicht gut, nicht gut. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Ja, das hätte ich auch selbst erkannt. So, wir holen unsere Jungs dazu, unsere Verstärkung, unseren Support. Und wenn ihr mich auch supporten wollt, ihr wisst ja Bescheid, gerne ein Däumchen oder ein Abo. Lassen wir es mal ein bisschen krachen hier. So, die Frage wird sein, kommt die, kommt die Verstärkung von hinter uns oder von vor uns, ne? So, wir haben es nicht eigentlich. So, wir nehmen mal lieber das Teil hier, das hat eine bessere Reichweite. Und jetzt müssen wir uns dann doch irgendwie mal ein bisschen vorarbeiten. Because of the Durchschlagskraft. Ja, die Verbündeten sind im Anmarsch. 75 Meter. Aber wo ist... Da können sie... Also, sie kommen von hinten. Dann haben wir sie im Rücken, das ist gut. Dann bleiben wir alle ein bisschen zusammen. So, da oben kommen welche raus, so wie es aussieht. Ja, die Kollegen stürzen sich natürlich direkt ins Getümmel, ne? Die kennen da gar nichts. Ah ja. So, da oben war doch einer. Ja, wer auch immer wen hier hat, ich weiß es nicht. Ich habe so irrt... Ah, da kommen sie raus. Ja, man sollte auch keine exklusiven Sachen in seiner Tüte haben. In seiner Dash. Ah, irgendwas kommt von da. Irgendwas kommt von da. Direkt vor mir. Ja, wusste ich es doch. So, und dann haben wir noch jemanden. Irgendwo haben wir hier noch jemanden. Ah ja. Nee. Ah. So, da wird geschossen. Schon wieder hinter uns. Das ist so ein bisschen hier... Verzwickt. Oh, sag mal. Hier, sag mal. Ja, klar. Ach, da unten sind auch noch welche drin. Oh, 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 oh. Beweg dich, beweg dich. Wir werden mal ganz kurz einen taktischen Rückzug ansetzen. Und damit wir wieder hier alle vor uns haben. Die Abtrünniger Agent. Ach du Schande. Auch das noch. So, wo kommt der denn? Oh, ich denke da. So, wo kommen wir denn hier einigermaßen? Da wird er sein, oder? Nee. Das ist schlecht. So. Ah, jetzt rocken wir mal da hoch. Mal schauen, ob das was bringt. Oh ja, wir sollten diesen Kanister wegmachen. Sehr schön. Weg damit. Oh ja, da sind ja noch ein paar Fässer. Äh, wo? Ach, da oben ist auch einer. Oh, kommt da jetzt einer hoch? Unter uns ist was. Ja, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Äh, hier unter uns? Nein. Wo ist er denn? Wir sehen, wie sich kommt. So, das ist jetzt von da. Oh, no. Das war jetzt natürlich nicht clever. Oh, no. Oh, no. Das war nicht so clever. So. Ah. Okay. Oh, weg davon. Ja, das ist auch gut so. Das ist auch so beabsichtigt. Das wollen wir auch gerne so beibehalten. So, wo haben wir denn noch einen? Da drüben haben wir noch was. Gegnerischen Anführer neutralisieren. Bist du das, mein Freund? Bist du das? So, Munition. Halb alles verschossen. Okay. Oh, die Drohne kümmert sich aber kräftig um den Kollegen, ne? Das sieht gut aus. Oh, das war's also schon. Das war's schon. Sehr schön. Okay. Dann geht's jetzt wie weiter mit Water Street. Water Street gibt's also nochmal ein Kopfgeld. Das ist hier ganz in der Nähe, denke ich. Und da sind Sword und... Ach, Quatsch. Die natürlich, die streunenden Hunde. Shaggy, Wolf und Hound. Ei, 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 ei. Ich hab so das Gefühl, die machen mir das Leben schwer. Aber nehmen wir's mit. Viel Feind, viel Ehr. Machen wir das Leben schwer. Okay, wir sind ganz in der Nähe. So, erstmal wieder ein bisschen einsammeln. Wo geht's rein? Hier geht's, glaube ich, rein. Jep. Hier können wir ein bisschen was mitnehmen. Vorratsraum. Der Kopfgeldeinsatz hat begonnen. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. So, sehr schön, wieder ein Stufenaufstieg. Das ist doch sehr schön. Dann kommen wir da jetzt auch langsam unserem Ziel näher. Ah, da kommen wir nicht durch, gell? Dann müssen wir da lang. So. Freunde, Freunde, Freunde. Wo haben wir denn jetzt noch was? Wo gibt's noch ein bisschen was einzusammeln? Da haben wir noch was. Hat eigentlich der andere... Wo hat eigentlich der andere was verloren? Vermutlich auf der anderen Seite. Ja, kommt, Jungs. Kümmert euch um es euch selbst. Wir haben anderes zu tun. Wir haben wichtige Dinge zu tun. Kontroll.officer. Jetzt wird der doch wieder hergeballert. So, 13 Minuten. Das werden wir ja wohl noch hinkriegen. Sehr gut. Und weiter geht's. Ach, wäre das zum Beispiel wir beide? Nein. So. Munition. Stimmt, ich hab vergessen, Munition aufzusammeln. Das hätten wir eigentlich noch tun sollen, ne? Das wäre eigentlich clever. Die Munitionskiste zu suchen. So, wo ist die denn? Ist die da? Jo. Ihr wisst ja mein Grundsatz. Man sollte immer mit einem vollen Magazin ins Gefecht gehen. Ähm, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Nein. Da müssen wir hin. Da werden die drei Kollegen Shaggy Wolf und Hound auf uns warten. Ah, ich ahne schon, was das ist. Das ist halt da oben, gell? Ja, jetzt überlege ich nur, wie man da wieder hochkommt. Irgendwo da oben. Ah. Oh, ich glaube, das ging nach hinten los. So ähnlich wie gerade vorhin mit meinem Raketenwerfer. So, aber das nehmen wir hier mit. Denn die können wir bestimmt gebrauchen. Und hier gibt's auch was Wichtiges. LMG. Okay. Ich bin der Meinung, wir müssten da irgendwie da hoch. Die Frage ist nur, ob wir dann wieder da rum müssen. Einmal um den Block herum. Ah, 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 ah. Hm, ja, jetzt kann ich mich wieder ungefähr erinnern. Genau, genau. Da drüben links gibt's ja auch Stress. Und da kommen wir dann hoch auf der rechten Seite. So, da muss es doch hochgehen. Okay. Ja, ich finde diese Raketenwerfer so als Eröffnung ganz, ganz okay. So als Overtüre. Ja, das Magazin hat mir einfach zu wenig. Okay, um den kümmere ich mich später. Das bringt ein bisschen wenig. Wer soll sich hier die Drohne drum kümmern? Den erstmal ein bisschen hinterm Schild vor. Ja, genau. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. So, dann er hier. Ja gut, wer ist denn sonst? So, los geht's. Wir holen da nochmal ein bisschen Boni ab. Okay, am Blick. Ja, da gibt's ja auch noch. Ja, ich vermute, es geht jetzt dann darüber auf diesen Bauplatz. Da springen nämlich auch immer die Kollegen rum. Das wird dann das nächste sein. Und so wie es aussieht, sind da zwei von... Na, da ist nur der Shaggy, so wie es aussieht. Okay. So, zack. Äh, hier runter. Hat's hier irgendwas? Hat's hier irgendwas für mich? Nein, nicht Wesentliches. Okay. So, die Drohne ist bereit. Wir werden da. Ja, ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Jetzt haben wir natürlich keine Raketen mehr. Schade. Oh ja, da kommen noch mehr. Oh, jetzt müssen sie sich bewegen. Aber da scheint irgendwie ein anderer Clan sich mit einzumischen. Nee, wir müssen zu denen hier. Ja, da wird er jetzt dann gleich vermutlich hier aus der Türe kommen. So, und die kümmern sich um sich selbst. Ja, da treffen wir nix. Also, ich finde, wir haben hier eine relativ gute Position, die wir nicht unbedingt aufgeben müssten. Weil die müssen uns hier rausholen. Ups, was war das? Nee, nee, Freunde. Ja, so sehe ich das besser. Ach, da ist ja Shaggy. Jetzt sehe ich es gerade. Shaggy ist da. Ach, die Drohne ist auf Abwegen. Da drüben brauche ich dich nicht. Ich brauche dich hier. Kümmere dich um Shaggy. Shaggy. So, jetzt komm. Oh ja. Augenblick. Wo fliegt sie hin? Oh, sie ist hinter uns. Jo, ähm. Ich überlege gerade, haben wir da irgendwo Munition? Nein. Dann bleiben wir weiter dran. Ich fühle mich etwas benebelt. So, übrigens war es ja gerade eben ganz, ganz gut, dass wir kein zusätzliches Geschütz hatten, sondern unsere Wiederbeleber Drohne. So, Shaggy ist gleich Geschichte. Shaggy, du bist Geschichte. So, da drüben sind noch, ah ja, das sind die Kollegen, die Robotex. Das hört sich so an, als wenn, nee, da sind noch mehr unterwegs. Da sind noch, ja, okay. So, da haben wir wieder Granaten. Die können wir auf jeden Fall gut, gut, gut gebrauchen. Und ich liebe diesen, ah, 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 wusste ich es doch, dass da noch, ach du Scheiße. Ups, ups, ups. Und sofort die Drohne raus. Wo ist der Kollege? Ach, der ist da drüben. Okay. Ach, das ist immer noch das Teil hier, das war noch gar nicht durch, oder? So, jetzt können wir uns hier vernünftig bewegen. Okay, 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 haben wir alles. Die Drohne. Ah ja, die ist im Cooldown, okay. Dann mal weiter. Wer ist der nächste? Wolf, vermute ich. So, haben wir hier noch was Wichtiges? Nein. Ups. Ja, stehen die mir jetzt hier nur im Weg rum, oder gehören die wirklich dazu? Agent braucht Verstärkung. Hm. 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 Sehr schön, das wäre erledigt, aber irgendwo springt da noch einer rum, irgendwo hier? Ach, da kommen noch welche, auch du Schande. Ach. 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 Ja, es war ja klar. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt ist die Drohne weg. Jetzt kann er sich wieder voll und ganz auf mich konzentrieren. Ich glaube, wir müssen dieses Ding da weg machen, ne? So, jetzt aber bis zur Geschichte, mein Freund. Ah, ja, das gibt wieder Punkte. So, aber jetzt geht's weiter. Wobei, ich überlege gerade, wir haben 23 Minuten, Freunde. Ich denke, wir kümmern uns um Wolf und Hound gleich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Huch, dreh dich mal. Ja, dreh dich doch mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Das war's wieder mal in Division 2. Wir sind die Fahndung. Wir sind auf der Fahndung, beziehungsweise wir sind unterwegs, um Agent Kelso zu finden. Was auch immer das dann am Schluss zu bedeuten hat. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich sage Tschüss, 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 bis zum nächsten Mal.